Okay, oh mein Hals ist heute irgendwie. Glaubst du diesen Doppelgänger-Kram? Ich weiß nicht, was John gesehen hat und ich habe auch nicht vor, es herauszufinden. Okay, da hinten war was. Was war das? War bestimmt gar nichts. Little Hope Middle School. Natürlich, es ist immer eine Schule. Warum die Schule wohl geschlossen ist? Vergiss das mal. Selbst wenn du es schaffst, ich werde dir nicht folgen. Ich mochte Schule nie. Verschwinden wir. Da geht es offenbar nicht durch. Hab mich wohl falsch entschieden. Kein Stress. Keiner hat uns hierher gescheucht. Wir finden einen Weg. Einen Weg da rein oder einen Weg überhaupt? Das ist die Frage. Folge dem kleinen Mädchen. Okay. Plan von 1692? What? Spielplatz? Little Hope Brücke. Spielplatz. Okay. Heißt das jetzt die Brücke ist der Spielplatz? Also. Ah. Da drüben! Hey, geht's dir gut? Wer bist du? Was machst du hier? Irgendwas ist an dieser Sache echt faul. Ist das das Kind, das Angela und Andrew gesehen haben? Ich weiß es nicht. Wow! Mach das lieber nicht! Äh... Was zur Hölle geht jetzt? Okay. Das ist gerade nicht passiert. Steh jetzt! Er soll mich nicht kriegen! Wovon redest du? Geht weg, sonst findet er mich! Komm heraus, Mary. Ich weiß doch, dass du dort bist. Bitte! Nein, lass mich los! Ich lasse dich los, wenn du versprichst, unser Geheimnis zu bewahren. Deine kindischen Spiele sind lästig. Du wirst mich respektieren und du sagst nichts! Nein! Loslassen! Sofort! Welcher Zauber ist das? Ich bin ein bisschen smart erfroren! Ich habe nichts getan! Amy ist die Zauberin! Sie ist im Bunde mit dem Teufel! Ich sah sie im Wald mit ihren Teufelsdienern! Ich bin unschuldig! Ich erfahre die Wahrheit so oder so! Du kommst mit mir, Kimt! Danke euch vielmals! Sei still, Kind! Weiß jemand, was gerade passiert ist? Es muss eine Verbindung zwischen den Kindern geben! Das kann kein Zufall sein! Ich versteh's nicht! Wir sollten hier schnell weg! Gehen wir! Finde ich auch! Warte auf mich! Moment! War da was? Ne! Sah jetzt aus, ob das hier so am Leuchten ist! Können wir jetzt mal gehen? Guck die hin! Was ist hier? Ah, scheiße! Sie schafft es wirklich nicht! Es ist nicht gut! Naja, wir sind hier bei Dark Pictures, ne? Von wegen, wir werden beide rauskommen, ist vielleicht sehr zuversichtlich! Vielleicht ist da jemand! Vielleicht gibt's Hilfe! Gehen wir hin! Ich helf dir! Das hätte ich ja jetzt nicht gemacht! Ich glaub nicht, dass wir so aus der Stadt rauskommen! Da ist kein Weg! Muss irgendwo hinführen! Ich weiß nicht, das ist nicht mal ein echter Weg! Das hier war wohl mal ein Laden oder so! Die Demo hatten nichts über! Stopp die Ravensont Fabrikschließung! Jobs not behind irgendwas! Lag da noch drunter! was machst du da hilf mir mal schieben ernsthaft es geht nicht anders wenn es denn sein muss okay der möchte also direkt übers fenster rein wieso probiert er nicht erst mal die tür hier drüben schau mal hoffnung für little hope die car was wollen die fabrik schließen und das grundstück würde zur folge haben das und die gemeinschaft zugrunde richten die gewerkschaft hat ein angebot gemacht um die fabrik und unsere stadt zu retten bitte unterzeichnen sie unsere petitionen um die familie carver zu überzeugen das angebot der gewerkschaft anzunehmen und ihre entscheidung zu überdenken weitere einzelheiten erfahren sie bei den mitarbeitern des postamtes oder im rathaus einwohner für little hope und tlua lokal 618 bringt uns wahrscheinlich nicht allzu viel nehme ich mal an kann man die tür überhaupt ausprobieren das und woanders lang ja ja ich wollte nur wenigstens den korrekten weg einhalten ich meine immerhin hatte das ding ja schon hervorgeschoben ich versuch's zu öffnen ich würde das hier nicht machen ich gehe rein seh mich um ist die luft rein mache ich die tür auf hier draußen allein zu warten gefällt mir nicht ich beeil mich auch wenn irgendwas passiert schrei einfach dann komme ich okay mache ich wenn du trottel die tür auf kriegst ja wofür licht ist dunkel da bitte beeil dich ja was ist denn mit deinem handy das hast du gerade erst weggestellt bin drin alles gut glaub schon jetzt mach schon soll ich mich wirklich erst mal umschauen das gefällt mir alles gar nicht aber gut das ist ja ein spiel was einem so nicht gefällt ne also was da so passiert ich sag nur resident evil Hallo? Wer ist da? Komm mal nicht durch! Dieses Fenster ist zersperrt! Wie kommst du überhaupt hierher? Außen herum! Durch den Bound! Also bin ich umsonst hier reingeklettert! Das Loch im Zaun war ziemlich klein! Zu klein für dich! Wer sitzt da drin? Hab Gesellschaft! Von ner Nagetierfamilie! Ruhig! Die sehen satt aus! Geh nach Dorn! Wir treffen uns da! Geh klar! Moment! Bin gleich da! Äh... Sie aber nicht! Ganz ruhig! Ich komme ja! Wenn man vorher schon weiß, was passieren wird! Also ich meine, ich weiß nicht, was passieren wird, aber... Ich weiß, was nicht passiert! Angela! Was... zum... Die Tür ist zersperrt! Oder auch nicht! Was ängste ich dich? Sprich! Was ist es? Sie kommen mich holen! Beruhige dich, Weib! Wer kommt dich holen? Es gibt Gerede... Bezichtigungen! Bezichtigung? Welcher Art? Es heißt, ich sei mit dem Teufel im Bunde! Ich sei der Hexerei schuldig! Bloß unsinniges Gewäsch! Wer spricht solches? Ich... Ich kann es nicht sagen! Äh... Äh... Scheiße! Bleibt, wo ihr seid! Schön! Aber was ist hier los? Wieso bin ich hier? Und wo zur Hölle ist hier? Schreibt still! Wisst ihr von den Gerüchten über mein Weib, Amy? Gerüchte? Öffnet die Tür, Joseph! Sofort! Genug der Torheiten! Sagt mir alles, was ihr wisst! Ich habe ein kleines Mädchen gesehen! Erzählt von ihr! Bei ihr... war ein... Pastor! Reverend Carver? Der jetzt vor unserer Türe steht? Mary! Ach, was Mary! Mary? Mary sah mich gestern im Walde! Ich ging allein meinem Tagwerk nach! Es ist noch nicht alles! Mein Tadel missfiel ihr! Vielleicht schmälte sie mich! Sie ist böse! Die Gerüchte sollen Marys Werk sein? Sie ist ein schwieriges Kind, sicher! Aber nicht böse! Joseph, öffnet oder es ergeht euch schlecht! Stellt euch nicht gegen uns! Was können wir tun? Ich kläre das! Du hast mein Wort! Lass sie nicht herein! Reverend Carver? Marshall? Ich habe ein rechtsgültiges Dekret für Amys Verhaftung! Mein Weib tat nichts Falsches! Eine Zeugin hörte sie in Zungen reden! Wer ist diese Zeugin? Mary! Das Wort eines Kindes verdammt mein Weib! Begebt euch in die Hände des Marshalls zu eurem Wohl! Dann gehe ich mit ihr! Ich lasse sie nicht allein! Solches tun wird eurer Gemahlin nicht helfen! Vertraut dem Recht! Fürchte nichts! Ich werde diese Sache klären! ... ... ... Wo zur Hölle warst du? Du siehst ja ganz verstört aus. Du hast noch was gesehen, oder? Das glaubst du mir nie. Da waren zwei, die aussahen wie der Professor. Und Angela. Mann, ich dachte, John verschaukelt uns bloß mit seinem Märchen von Angelas Zwilling. Wohl nicht. Tja, Angelas Zwilling wurde verhaftet. Angeblich war sie eine Hexe. Die gruselige Kleine hat den Pastor eine Amy genannt. Darum wurde die Frau verhaftet. Diese Amy, die ist ja dann wohl erledigt. Wir haben's verbockt. Anstatt diesen beschissenen Ort zu verlassen, sind wir wieder mitten in der Stadt gelandet. Uh-oh. 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 Uh-oh.